Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben, mein Name ist G.I. aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto-Tainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, heute ein Videokommentar wieder mal, schon länger nicht gemacht und zwar diesmal wurde mir das Video in unserem Discord von die Crypto zugeschickt, danke an der Stelle nochmal. Ja und es ist ein sehr interessantes Video, muss ich sagen, es ist von Felix von Leitner, war mir bis dato kein Begriff gewesen, wer das ist, muss ich tatsächlich nachgoogeln, ist anscheinend eine gewisse Persönlichkeit in der ganzen IT-Industrie gewesen, ja leider habe ich da als ITler das Ganze irgendwie verschlafen, aber ich meine, seine Spezialität ist ja auch eher IT-Sicherheit, ja also praktisch kaum Überschneidung mit meinem Fachgebiet gewesen, aber, ja, das Video musste ich tatsächlich an der Stelle sagen, ist einfach zu lang, dass ich da über, sag ich mal, über die Länge eine einzelne Folge das komplett durchgehen will, weil es sind sehr, sehr viele Sachen dabei, die ich sehr kritisch finde, was seine Ansicht angeht, aber das ist erstmal okay, ja, man kann unterschiedliche Ansichten haben, aber dass er durch diese wenigen Ansichten oder wenige Aspekte, die er anbringt zu verschiedenen Themen, alles, ne, um die Blockchain, Krypto und so weiter, dass er daraus Folgeschluss leitet, dass dieses ganzen gesamte Ding, da ich mal zusammengefasst, mehr oder weniger verdammt ist und nichts bringt und ein Zweck erfüllt, das ist einfach viel zu, da ich mal, einseitig betrachtet, ja, das wäre genauso, wenn ich sagen würde, hey, ähm, es bringt nichts, ja, mit, äh, Internet, ne, ähm, zu hantieren, weil alles, was man da machen könnte, ist, äh, können wir sowieso in der realen Welt schon vorher, ja, und vor allem, weil Internet, da gibt es so viel Spam, so viel Verarsche und so und sonst was, ja, das ist eine sehr einseitige, enge Betrachtung von einem sehr großen, ähm, bislang noch sehr neuen Gebiet, ja, was mehr als Möglichkeiten, ähm, bietet, was wir vielleicht heute noch gar nicht alles, ähm, uns vorstellen können, ja, und da jetzt praktisch, ne, ich meine, wenn ich da Entscheidungskräfte hätte als Politiker oder als großer Wirtschaftsverbandsvorsitzender oder sonst was, ne, und ich meine, so hat es sich ja angeschaut, ja, wenn ihr das Video mal bis zum Ende guckt, wer da alles dabei ist, das sind keine, ähm, Studenten oder sonst was, ja, sondern das sind schon angesehene Leute, die in irgendwelchen Schlüsselpositionen sitzen und sowas ist wirklich, wirklich sehr kritisch, ja, also ich meine, da kann ich mir auch genauso die EZB-Meinung dazu anhören, da brauche ich jetzt nicht einen IPT-Profi, sich da hinzusetzen, ja, aber gut, äh, viel drüber geschwafelt, ähm, legen wir einfach direkt los, ne, ich habe das Ganze, weil das ganze Video sehr lang ist, will ich auch nicht alles für euch durchgehen, sondern, ähm, ich habe die Schlüsselstellen jeweils alle paar Minuten rausgeguckt und, ähm, das zusammengefasst in dieser kurzen Präsentation und, ähm, ja, also, Kommentar Teil 1 wird wahrscheinlich noch Teil 2 oder Teil 3 sogar dazu kommen, weil, wie gesagt, ist ein sehr langes Video, ähm, was ist alles für uns vorbereitet, also, ne, bis etwa 14. Minute, muss ich tatsächlich sagen, ist guter und einigermaßen einfacher Einstieg, ja, für alle, die bislang, sag ich mal, nichts damit zu tun haben und auch vielleicht keinen IT-Background haben, auch ich habe da das eine und andere sogar dazugelernt an, an neuen Informationen, an neuen Wissen, aber ab 14.40 geht es etwa los, ja, mit der Kritik an, an Bitcoin, ja, und da, ja, da kommen wir jetzt zu den, ähm, zu den Sachen, die mich sehr gestört haben, also, das Erste, ja, was haben wir? Miner sorgen dafür, dass der Kurs steigt, damit sie profitabel bleiben, ja, ja, nein, das machen die Miner nicht, ja, die Miner, die sind ein Teil von dem Netzwerk, die sind ein Teil von dem Ökosystem, ja, eine von vielen Teilnehmern von dem Ökosystem, ne, bei weitem nicht die, die den Preis diktieren, ja, wir sind nicht bei Zentralbank oder sonst was, ja, sondern die Miner, die spielen eine gewisse Rolle, ja, und, äh, einfach diese Aussage, ja, zu sagen, solange es, äh, ich meine, das ist wirklich sehr kritisch, ne, oder ich könnte auch schon sagen, das sind Falschaussagen, ja, wenn es, sag ich mal, krass ausgedrückt ist. Und, äh, warum? Naja, gut, wir haben hier, ne, ihr seht, das sind alles Fakten, ja, ja, ich, ich, das sind wenig Meinungen, gut, ein Teil ist vielleicht meine Meinung, aber ich präsentiere euch natürlich auch Fakten dazu, ne, ähm, wir haben täglich aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, ja, 900, ähm, Bitcoin, die etwa im Schnitt gemeint werden pro Tag, ja, und, äh, wenn ihr das mal mit der Menge, äh, vergleicht, ne, das ist eine Grafik über die letzten zwei Jahre, wie viel ausgetauscht wird, ja, Transfervolumen oder Tradingvolumen, ja, im Bitcoin, ne, das sind täglich zwischen 20.000 und 50.000, teilweise geht es auch hoch auf, äh, 300.000, ja, aber, sag ich mal, im Schnitt sind 20.000 bis 50.000 Bitcoins pro Tag, ja, im Vergleich zu den 900 Bitcoins, wie viel haben wir? Ja, weniger als 5%. Das heißt, das, was die Miner tatsächlich täglich erzeugen durch Mining, ja, in ihrer Gesamtheit, alle Miner zusammen, ja, und ich weiß, weil ich viele Nachrichten darüber lese, die meisten Miner, die verkaufen noch nicht mal ihren Bitcoin auf dem Markt, ja, sondern die hodeln den. Und dann zu sagen, hey, die Miner, die, die erzeugen den gesamten, äh, nach, äh, die, die, das gesamte Angebot, was auf dem Markt ist, ist einfach sowas von Schwachsinn, ja, macht keinen Sinn. Ja, was Miner natürlich machen, ne, ähm, an der Stelle, muss ich auch sagen, ja, ähm, wenn es, ne, das ist eben dieser Preis, ja, dieser, dieses spieltheoretischen, äh, Teil, ne, nämlich, wenn die Preise runtergehen und Miner improfitabel werden, werden die halt abschalten, ja. Wenn die abschalten, wird das ganze Rechensystem für den restlichen Miner wiederum einfacher, die werden wieder profitabler und, ne, das ist immer ein gegenseitiges Spiel, ja, was zusammenkommt. Und die Difficulty, die, dann geht wieder hoch, ja, und dann werden die wieder, also wie gesagt, dieser Zyklus, ja, von Difficulty Adjustment, was automatisch stattfindet, ja, das wird nicht von einer Instanz durchgeführt, sondern das wird per Code durchgeführt, ja, und dann die Miner, die entweder abschalten, weil die inprofitabel, also nicht profitabel werden, oder die dazuschalten, weil der Preis hochgestiegen ist, ähm, damit die Miner dazukommen können, ja, und, ähm, und vor allem die Fies, ja, die werden nicht beliebig gesetzt werden, ja, so wie das nämlich, äh, beschrieben hat, von den Minern, als ob die Miner an der Stelle die große Macht hätten und sagen, hey, morgen, ja, kassier mir das Hundertfache von Fee. Nein, so funktioniert das nicht, ja. Das ist, die Miner würden ja nichts bekommen, wenn niemand das Netzwerk nutzt. Und niemand würde das Netzwerk nutzen, wenn plötzlich von heute auf morgen die Fies von 1 Dollar auf 10.000 Dollar hochschießen würde, ja. Dann würden alle kleinen Leute nur noch stillhalten und warten, bis es runtergeht. Und dann verdienen die Miner wiederum nichts, außer das, was sie selber geschürft haben, ja. Und ihr seht, dieses gegenseitige Interesse und natürlich auch Entgegenkommen, ne, das Ausarbeiten, das automatische, ähm, Austarieren, wo der, wo der, ähm, Gleich, wo das Gleichgewicht zu finden ist. Das ist eben dieser spieltheoretische Teil, ja, weil mehrere Teilnehmer mit eigenem Interesse in dem gesamten System vorhanden sind. Es ist also kein einfaches, ne, Miner diktieren hier, was Sache ist. So, bei 17 Minuten 30, ich habe hier oben immer die Zeitpunkte angegeben, ne, könnt ihr auch hinspringen in einem Video und euch angucken. Es geht um Deflation, ja, und der sagt hier, bei Deflation bricht ein System zusammen. Auch solche Aussagen macht keinen Sinn, ja. Niemand verkauft heute, wenn er morgen mehr dafür kriegt. Und, das ist teilweise richtig, ja, aber auch, dass niemand ist nicht richtig. Denn, ähm, man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, ja, oder in eine Schublade stecken. Es wird immer Leute geben, ja, selbst, ne, wenn Bitcoin 100%ig jeden Tag steigen würde, was es ja nicht macht. Ja, das sieht man ja an dem gesamten Markt. Selbst wenn es 100%ig steigen würde, ja, würden nicht alle einfach nur hodeln bis auf alle Ewigkeit. Denn, ne, irgendwann müssen auch die Menschen, die da drinnen vielleicht investiert haben, brauchen die vielleicht das Geld und dann gehen die raus. Oder andere denken, okay, ja, wir haben genug Gewinn mitgenommen, vielleicht ein Stück Crash des demnächst, also gehe ich auch raus. Es werden immer Leute geben, ja, die anders denken als andere. Und, ähm, da einfach alle zu sagen, ne, alle Menschen sind identisch, alle Menschen entscheiden sich genau so, das funktioniert so nicht, ja. Also, und dann, ne, die letzte Frage, warum funktioniert Bitcoin auch? Und da finde ich schon an dieser Stelle extrem einseitig und falsch, ja, das ist einfach falsch, ja. Nämlich zu sagen, Bitcoin funktioniert heute noch, weil, erstens, ja, die Miner, die produzieren frisches Geld, also die schürfen frische Bitcoin, ja, die erzeugen das Angebot, habe ich eben beschrieben, 5%, die erzeugen nicht das Angebot, ja. Und der zweite Punkt, das ist einfach so weit hergeholt, ich weiß gar nicht, wie er auf so eine Idee kommt, ja. Ich meine, das ist ja ein intelligenter Mann, ja, und der sagt, der zweite Punkt ist, die Nachfrage, ja, entsteht einfach dadurch, weil wir Ransomware haben, ja. Bitcoin wird nur für Ransomware verkauft, benutzt. Also, ich meine, oh, da musste ich mich echt an den Kopf fassen, wie, wie jemand sowas, äh, auch noch ins Internet stellen kann, aber gut, ich meine, ne, ich sage ja immer, versucht zu überlegen, was die Leute für Agenda haben könnten, ja. Und wenn ihr euch am Ende anguckt, wer da in diesem Raum alle gesessen haben, da kann ich mir schon vorstellen, was derjenige, also Felix an der Stelle, oder, sag ich mal, die Gruppen der Leute für Agenda hatten, ja. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, und, ja, und hier habe ich für euch die tatsächlichen, ähm, Zahlen, ja, wir haben, wenn ihr auf diese Seite market.chainanalysis geht, risk und ganz runter scrollt, wir haben in den letzten 180 Tagen im Durchschnitt weniger als 0,5% illicit activities für Bitcoin. Das heißt, weniger als jeder zweite, jeder zweithundertste Bitcoin oder Transaktion wurde für eine, sozusagen, illegale oder vermutlich illegale Aktivität verwendet, ja. Und da an der Stelle zu sagen, hey, ne, die einzige Nachfrage für Bitcoin ist, weil böse Leute damit, ne, Erpressung und sowas machen kann, das ist einfach wie zu sagen, hey, ähm, wir haben nur Messer auf der Welt, damit Leute damit draußen anderen bedrohen und abstechen können. Äh, ich meine, diese Parallel einfach, das grenzt an, ja, Ignoranz oder wie man es auch nennen mag, ja. Ja, so, nochmal, Anwendung Bitcoin, ne, habe ich gedacht, okay, ne, vielleicht ist er tatsächlich weiter über den Tellerrand hinausgegangen, ja, über Ransomware, da ist auch das Thema China gekommen, ja. Ja, ähm, nämlich, dass Bitcoin für China oder für chinesische Miner benutzt worden sind, um das, äh, um die, diese, ähm, Einbeschränkung, ja, des, ähm, Währungstausches von Renminbi, also von Yuan, in andere Währungen, ähm, zu umgehen. Okay, da muss ich einfach sagen, entweder hat er die falschen Artikel gelesen oder hat sich, keine Ahnung, ja, falsch informiert, weil ich weiß von meiner, äh, von mir selbst sogar noch, ne, das war 1993 oder 1994, ja, da war ich das erste Mal wieder zurück in China gekehrt und hatte, ähm, äh, sowohl Euro, also nicht Euro, damals D-Mark gehabt, ja, die konnte ich problemlos in China in, ähm, in irgendwie umwandeln an öffentlichen Wechselstelle, ja, das war ein ganz normales Alltag da und da waren auch andere Leute. Und man konnte auch dort zu ganz normal vorgegebenen Quoten, ja, die Quoten waren staatlich kontrolliert oder, ne, gesteuert, aber das Wechseln, das konnte man trotzdem jede Zeit, ja. Gut, wenn du da mit dem Koffer mit ein paar Millionen hingegangen wärst, wärst du vielleicht anders gekommen, ja, aber dieser Zugriff auf ausländische Währungen, den gab es damals auch schon, ja, und das war vor 25 Jahren oder 30 Jahren. Ja, so, ähm, man konnte damit in China Elektrizität kaufen, die da im Bitcoin-Mining, also betreiben und dann damit im Ausland, im Ausland Dollars kaufen, ja, das hat man auch an der Stelle nicht verstanden, ja. Ja, ähm, warum sollten Miner an der Stelle im Ausland, ne, Dollars kaufen, ja, wenn, wenn die in China wären, ja, das würde ja nur Sinn machen, wenn die, sag ich mal, im Ausland auch Konto haben oder Wohnsitz oder sonst was, ja. Und dann plötzlich entscheiden würden, okay, ich lasse mich in China nieder, ja, weil der Strom da ist günstig, meine hier meinen Bitcoin, ja, auch wenn es illegal ist und dann schicke ich meinen Bitcoin ins Ausland und wandle die dort auch wieder zurück in Dollar um. Und das habe ich nicht verstanden, warum sollte ich, wenn ich Bitcoin gemeint habe, die in Dollar umwandeln, ja, und im Ausland deponieren, um dann praktisch dann wieder zurückwirkend Elektrizität in China einzukaufen, um in China das zu betreiben. Das macht keinen Sinn, ne, ich meine, ihr versteht das, ja, in China bräuchte ich auch Yuan, ja, Renminbi, um meinen Strom zu bezahlen. Und wenn ich das nicht könnte, weil ich meine Dollars nicht in Renminbi oder andersrum wechseln könnte, dann macht das auch keinen Sinn, wenn ich Bitcoin meine und dann die im Ausland deponiere, weil da habe ich ja wieder das gleiche Problem, ja. Ne, diese, diese, ähm, diese, ja, Ungereimtheiten. Dann, und auch hier, ne, zu sagen, hey, ähm, diese Geschichte hier, ja, dass China zum Beispiel, ähm, Krypto oder Bitcoin gebannt hat, ne, das ist ein Artikel von, äh, Ende 2021. Ja, ja, erstens, klar, der große Ban war Mai 2021, ja, da, darüber wollen wir nicht streiten, aber China hat schon vor Jahren, ich glaube, fünf, sechs Jahren, äh, schon damals ausgesprochen, dass es ein Ban gibt. Nur haben die es halt nicht forciert, ja, nicht umgesetzt und, äh, dieses Jahr oder letztes Jahr haben die das tatsächlich bis in die Provinzen, also mit, ähm, Druck, ja, und mit, äh, Umsetzungsdruck, ähm, forciert, weil natürlich, ne, der CBDC-Launch anstand oder schon in der Pro-Phase war, ja. Also das ist meine Meinung der Grund gewesen, warum die tatsächlich gebannt haben, damit die hier mit ihren CBDC ausrollen, damit Leute es nicht umgehen können und so weiter, ja. Und, ähm, und dann, ne, noch angeführt, dass trotzdem in China heimlich weiter gemeint wird, das ist doch gerade der, der Pro dafür, ja, dass eben Bitcoin ein, ein wichtiges, nicht, ähm, zensierbares, ähm, Wirtschaftsgut ist, ne, und das sieht man schon, selbst in China, also, so streng wie das ist, können Leute unter dem Radar fliegen und für sich praktisch, äh, Vermögen oder Geld aufbauen über Bitcoin, ja. Ja, wo hat man das sonst, also, mit was, welchen anderen Mitteln lässt sich sowas, ähm, realisieren, ich meine, stellt euch vor, ja, ihr werdet in so einem Land wie China oder Iran oder wie die heißen, ja, alles ist bis auf das kleinste reguliert und, äh, und ihr dürft dies nicht und das nicht und ihr dürft das nicht besitzen und dies nicht besitzen. Wie wollt ihr diesem System entkommen, wenn ihr, sag ich mal, physisch dem nicht entkommen könnt, ja. Ja, da ist auch, das ist doch das Musterbeispiel, warum es, ne, Bitcoin gibt und warum es auch funktioniert, ja, nämlich weil es an der Stelle eine Problemlösung darstellt, ja. Aber gut, er hat gesagt, ne, das Problem, äh, ist an der Stelle nicht, ja, dass es diese Lösung löst, äh, Bitcoin an der Stelle, sondern, dass Bitcoin an der Stelle nicht wirklich gebannt werden kann von China, ja, und das zeigt dann, meine, seine Meinung nach auch nochmal, wie, wie, ähm, ja, sinnlos das Ganze ist, ne, wenn man das eben nicht kontrollieren kann. Und, ja, das nächste, nehme ich die Zusammenfassung, Bitcoin, ne, ähm, Bitcoin ist ein geschlossenes System, alle Transaktionen sind in Bitcoin, meiner werden in Bitcoin bezahlt, der Umtausch in Euro ist ein Zero-Sum-Spiel, ja, und jeden ausgezahlter Dollar muss vorher jemand einzahlen. Das geht natürlich, äh, Mist, falsch gedrückt, ähm, ja, das ist nur zu sagen, weil, ne, diese ganzen Bitcoin-Geschichte daraus entsteht, weil jemand mit echtem Geld sich da reinkauft, ja, also wenn ich ein Bitcoin kaufe oder verkaufe, würde das letztendlich bedeuten, dass auf der anderen Seite jemand auch wieder kaufen, verkaufen muss und dass das Ganze nichts bringt, das funktioniert so aus meiner Sicht nicht, ja, das ist nicht, das ist genauso wie, wenn ich auf die Börse gehe und eine Aktie kaufe, ja, ob das Amazon oder Tesla ist, ne, und wenn ich das dann später wieder verkaufe, muss ja auch jemand anderes das kaufen, ja, dann könnte man theoretisch an der Stelle genauso sagen, okay, diese ganzen Börsen bringen nichts, ja, und der hat gesagt, ja, aber die schütten doch Dividende aus, ne, Aktien und so weiter, das macht Bitcoin nicht, ja, ich meine, was machen denn die Miner, ne, die erzeugen etwas, ja, das ist praktisch, wenn man das wirklich so aus der Perspektive betrachten will, ja, die Bitcoin-Miner, die schürfen, die erzeugen, das ist das Produkt, was die erzeugen, ja, nämlich diese Sicherheit für das ganze Netz, ja, und die werden da eben dafür bezahlt, ne, und, ähm, das ist das große Unternehmen, ja, und, ähm, an der Stelle einfach zu sagen, ja, ähm, das Ganze funktioniert nicht, weil es ein, ähm, eine Auszahlung oder Einzahlung-Auszahlung ist, ja, was, äh, hier ein Parallelsystem, ne, sag ich mal, parallel laufend zum traditionellen Finanzsystem ist und dass es den Leuten an der Stelle nichts bringt, das ist meiner Meinung nach zu sehr einseitig, denn der Wert von Bitcoin, ja, und das ist seine Annahme hier, ja, besteht darin, dass Leute Geld dort einzahlen, beziehungsweise, ne, oder auszahlen, ja, und da diese Summe immer gleich Null ist, hat Bitcoin an der Stelle praktisch nur virtuell einen Wert und nicht wirklich, ja, und jetzt kommen wir zurück zu dem Problem Wert, ja, was hat wirklich Wert, das ist die Frage, ne, nämlich etwas, was genügend Menschen Vertrauen drin setzen, aber ich sehe das so, etwas hat Wert, ein Wert ist gleichbedeutend mit Vertrauen von Menschen da drin, ja, der Euro hat Wert, Gold hat Wert, ähm, Dollar hat Wert, nicht weil diese Sachen, ne, wirklich, damit kannst du nicht überleben, wenn ich in der Wüste bin und eine Goldbahn habe, was bringt das mir, das hat Null Wert für mich, ja, ich würde eine Goldbahn, der von Millionen wert ist, gegen eine Flasche Wasser austauschen, damit ich weiter überleben könnte, ja, und genauso hat ein Dollarschein oder ein Euroschein nicht mehr Wert, als die 10 Cent, die zum Drucken, ähm, wirklich benutzt wird, also physischen Wert, ja, aber der Wert kommt dadurch, dass große Mengen von Menschen da drin einen Wert sehen, also ihren Vertrauen da drin haben, ja, und genauso ist es bei Bitcoin, ja, die Millionen, die, äh, Teilnehmer, ob das, äh, Hodler sind, ob das Käufer sind, ob das Trader sind, ob das Miner sind, aus, ob das, äh, Institutionen sind, die haben, die sehen da drin einen Wert, ja, und, äh, an der Stelle praktisch den Leuten das abzusprechen, hey, ihr dürft da drin keinen Wert sehen, ja, oder das, was ihr da drin seht, ist nicht wirklich vorhanden, das ist, ähm, ja, sehr, sehr weit hergeholt, finde ich. Und, ähm, ja, mit einem großen Unterschied, ne, der Vergleich so zum Unternehmen, ja, und die, äh, diese Werterschaffung und Erzeugung und so weiter, ihr wisst, ne, bei fast allen Unternehmen ist natürlich jemand verantwortlich, das muss ja so sein, ja, sonst, wie kann sonst, ne, Unternehmen haftbar gemacht werden, aber es gibt CEOs, es gibt Strukturen und so weiter, und bei Bitcoin ist es halt nicht so, ne, es gibt kein einzelnes CEO, der das Ganze kontrolliert, das ist halt verteilt, ja, und, ähm, ähm, und natürlich, ein, äh, es ist ein Permissionless Ökosystem, ja, das ist, äh, das Wichtigste, meiner Meinung nach, und das wurde hier komplett, äh, aus außen vor gelassen. So, jetzt gehen, ne, als nächster Schritt auf die technischen, ähm, Einschränkungen von Bitcoin ein, und zwar auch das, ähm, im nächsten Schritt, das Lightning da, das Problem nicht wirklich löst, ach, sorry, äh, ich hab hier so eine Zerrung. Also, was passiert, ne, wenn viele Transaktionen anliegen und so weiter, und das, ne, das ist bei Ethereum nicht anders, das ist bei jeder Blockchain nicht anders, ja, wenn die, die Blockspace, also praktisch das, was in einen Block hineinpasst, ähm, nicht ausreicht, ja, für die Daten, die da rein wollen, dann ist es einfach so, dass Leute mehr bieten müssen, oder die, die am meisten bieten, vor, vorrangig behandelt werden, ja, das ist das perfekte Beispiel für eine funktionierende Marktwirtschaft, ja, Angebot und Nachfrage. Angebot ist der Blockspace, ja, die Daten reinzupacken in den nächsten Block, und die Nachfrage sind eben die Leute mit ihren Daten, Daten, Transaktionen, so weiter, die da hinein wollen, ja, ähm, alles andere ist einfach, meiner Meinung nach, ganz einfach Manipulation, ja, aber, ne, er stellt es an dieser Stelle, ähm, so ähnlich dar, als wäre tatsächlich das Überbieten der anderen Leute eine Manipulation oder schlechte Tat, ja, und, ähm, da kann ich mir halt leider auch nicht zustimmen, und, äh, die technische Limitierung, genau, dass, äh, Blockchain sich für Sachen wie Kaffee kaufen im Alltag, als Blockchain, ne, Bitcoin, sag ich mal, ähm, nicht funktioniert und, äh, dies und das und dass wir das Ganze eigentlich überhaupt nicht brauchen, ja, das ist einfach eine Abstrahierung, ne, ne, nämlich Bitcoin auf Blockchain, das ist erstens, sag ich mal, thematisch, ähm, nicht richtig, ja, denn Bitcoin ist nicht gleich Blockchain, Blockchain ist die Technologie dahinter, ja, das wäre sozusagen, hey, ähm, der Automotor, ja, und, und der Ferrari, ne, der, mit dem Automotor da drin ist, ja, das ist, äh, das wäre das Gleiche, ne, nur weil der Automotor, ne, nicht in der Lage ist, ähm, äh, sorry, die Spezialisierung ist natürlich das Auto, ja, genau, und, äh, Automotor ist die Generalisierung, genau, nicht die Blockchain, aber das wäre sozusagen, hey, ne, nur weil der Ferrari nicht schafft, 50 Leute, ne, zu transportieren, brauchen wir den Automotor nicht, ja, weil, ne, der, der hat's auch nicht gebracht. Stimmt nicht, ja, Verallgemeinerung auf so einer Ebene ist sehr schwierig und, äh, wir haben Proof of Work, äh, wir haben Proof of Stake und wir haben ganz viele andere Sachen, ja, die wurden einfach hier außen vor gelassen, an dieser Stelle, später kommt er natürlich noch dazu, da komme ich auch selbst nochmal dazu, und, äh, die Zusammenfassung ist einfach, also, seine Zusammenfassung, ja, Bitcoin ist, wie es ist, ähm, 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 ja, es ist eine brillante Lösung für ein Problem, das wir nicht haben, ja, aber, was ist das Problem, ne, das ist, äh, an der Stelle eben nicht erläutert, ja, und das Problem, habe ich hier für euch aufgeschrieben, was es tatsächlich löst, ja, ähm, vielleicht hat er das absichtlich übersehen oder habe ich das, äh, überlegen, sehen in einem Video, aber die Probleme sind eben, ne, Zentralbanken, also von zentralen Institutionen gesteuerte Inflation, ja, Inflation bedeutet Entwertung von Geld, ja, und Geld ist praktisch ein Zwischenmittel zum Parken unserer geleisteten Arbeit, ja, oder, ähm, was wir praktisch mit unserer Lebenszeit erschaffen haben, ja, und dass eine dritte Entität, ne, dem wir vertrauen müssen an der Stelle, ja, einfach diese, diese Sache oder unsere praktisch Lebenszeit, was wir aufgebracht haben, entwerten darf, ja, so wie sie das mag, ne, die dürfen ja Geld printen, so viel wie sie wollen, das ist einfach ein Problem, meiner Meinung nach, ja, und das löst Bitcoin, ja, und finanzielle Extrusion definitiv, ja, es gibt, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Menschen auf der Welt, die haben keinen Bankenzugang zum finanziellen System, ja, weil Banken, Konto und so weiter, Sparmöglichkeiten und, ähm, für sich etwas aufzubauen, ja, das löst Bitcoin, ja, und, ähm, die Transparenz gegen Manipulation und Korruption, ja, ganz klar, ne, ich meine, das ist ja das, was, was eine Blockchain-Technologie oder Kryptowährung gegenüber der traditionellen Fiat-Währung einfach einen Vorteil hat, ja, ihr könnt auf Chainalysis oder, ne, über große Unternehmen, die haben ja diese Infrastruktur mittlerweile, ich meine, hätte er diese ganzen Daten angebracht vor zehn Jahren, wo Bitcoin gerade losging, könnte ich das verstehen, ja, aber es ist ein Video von vor zwei Wochen, ne, wer weiß, vielleicht ist er, ne, in der Zeitkapsel gereist, äh, auf heute, ja, und, ähm, gerade diese, das sind die Vorteile von Kryptowährung, von Blockchain gegenüber traditionellen Fiat-Währung, ja, wenn da Koffer hin und her geschoben wird, niemand kann da nachverfolgen, wo das Geld hingegangen ist, ja, oder gelandet ist, und natürlich die geopolitische Freiheit, ne, ähm, ob ich hier bin, ja, in El Salvador, in China oder sonst wo, ja, Bitcoin ist on Chain, ist im Internet, kann jeder da drauf Zeit, da drauf zugreifen, sofern ich einen, ähm, Anschluss habe zum Internet, ja, oder ein Handy und dann auch dort, wo ich gerade bin, das benutzen. Wie, wie, wie wollt ihr das machen, wenn ihr in Deutschland bei Sparkassen ein Konto habt und ihr seid im Hintertibuktu und wollt euer Geld benutzen, der, welches in Deutschland lokal hinterlegt ist. Funktioniert nicht, ja. So. Kommen wir zum Proof of Stake. Das ist nämlich sein nächstes, ähm, großes Thema gewesen, ja, bei 30 Minuten 45, ihr seht, ähm, er sagt, Proof of Stake ist praktisch eine Oligarchie, ja, weil natürlich, ne, die Leute, die in einem Proof of Stake System das meiste ein Stake haben, also die meisten Token besitzen, die verdienen das meiste, das ist an der Stelle tatsächlich richtig, ja, das ist bei Proof of Stake so, wenn man viel Stake im System hat, kann man auch mehr Geld, also neue Token bekommen, ja, bei dieser, äh, Emission und, ähm, das, aber das, das ist auch schon Schluss, ja, also, dieser Punkt ist richtig, aber, ähm, der sagt, das ist, es ist selbstverstärkende Oligarchie. Oligarchie bedeutet aber andererseits auch wieder, ne, ich muss das selbst tatsächlich nachgoogeln, ob das tatsächlich stimmt, nämlich, dass die Oligarchen Einfluss, beziehungsweise, ähm, Macht ausüben können auf alle anderen, die keinen Einfluss haben, ja. Das wäre so, als würden die Staker oder die Validatoren in einem Netzwerk, sag ich mal, Ethereum oder sonst was, ja, die Möglichkeit haben, auf alle Benutzer oder User oder nicht Staker, die in dem Ethereum Ökosystem sind, einzuwirken, wie die wollen, und das ist nicht so, ja, denn, ähm, Wale ernähren sich nicht von Schrimps, sondern vom Ökosystem, ne, das, was die Staken, das kriegen die ja nicht bezahlt von den, das, die gehen ja nicht zu den User auf Ethereum und sagen, hey, gib mir, gebt uns euer Geld, ja, beim Proof of Stake, gut, Ethereum ist noch nicht umgestellt, aber nach der Umstellung, woher kommen denn die Token, die sie bekommen, die, die Token kommen von den, äh, von den, von der Blockchain, ja, nicht von den kleinen User, die die Blockchain benutzen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ne, Staking, Reward, der zweite Punkt ist natürlich die gegenseitige Kontrolle und Konkurrenz, ja, bei den, äh, Validatoren. Wir gehen jetzt mal nicht von Tron oder, äh, Binance aus, ja, wo vielleicht eventuell alle Validatoren unter eine Decke stecken, sondern, ne, von, sag ich mal, ein einigermaßen dezentralisierter Blockchain, ja, ob das Ethereum, Avalanche, Solana oder sonst was ist, ja, ähm, und die haben eine gewisse, ähm, sag ich mal, Eigeninteresse da dran, dass andere sich ordentlich benehmen, oder besser sogar gesagt, dass sich einer falsch benimmt, denn warum? Naja, wenn sich einer falsch benimmt und andere merken das, dann können die natürlich den ausschließen oder slashen lassen, ja, weil, na, slashen bedeutet einfach, dass dein Steak abgezogen und ausgestrichen wird, ja. Wenn mir einer, der einen großen Anteil am System hat, sag ich mal, zehn, zwanzig Prozent, sich schlecht benimmt oder falsch benimmt, ja, oder ein Gruppen sich falsch benimmt, ja, können natürlich die anderen versuchen, die rauszukicken, ja, indem die auf ihren Fehlverhalten aufmerksam, äh, machen und, äh, das wird dann wiederum bedeuten, dass deren Token wegkommen, ja, und der eigene Anteil steigt, ja. Ihr seht dieses, ähm, dieses Gegengewicht oder das Gegenspiel von Macht, ja, oder Machtmissbrauch, ne, das heißt, sowohl, ne, die eigene Interesse als auch die Interessen der anderen, die, die sind, ne, im Gegenspiel und, äh, die gleichen sich eben aus, ja. Das heißt, nur bei extrem zentralisierten Chains, ne, wo, sag ich mal, alle Validatoren oder alle Staker unter einer Decke stecken, wäre sowas überhaupt vorstellbar, ja. Und, äh, auch die Schrimps, ne, die kleinen User, die nicht staken und sonst was, ja, die haben an der Stelle, und das ist ja der, der Punkt, ne, die haben die Wahl, ja, das ist wie, ne, wenn ich mit der Deutschen Bank nicht zufrieden bin, dann gehe ich zur Commerzbank, ja. Wenn die Commerzbank morgen anfängt, statt, ne, null Dollar, 50 Dollar Kontogebühren zu, zu, ähm, zu entnehmen von mir, dann gehe ich halt zur Sparkasse, ja. Diese Wahlmöglichkeit ist ja das, was, äh, das interessant macht und, ne, wenn eine Chain nicht benutzt wird, ja, und, ähm, fällt natürlich der Wert von dem Chain, von dem Token auch, ja, und dann haben natürlich auch die Validatoren oder die Staker weniger Interesse daran, weiter bei der Chain zu bleiben. Das heißt, die wollen natürlich, dass die Chain möglichst sicher und lukrativ und, ähm, und, äh, anziehend erscheint für alle großen Investoren, ja. Und, äh, warum hat denn, ich sehe, um 300.000 oder 350.000 Validatoren, äh, nicht Validatoren, aber Staker, ja, weil eben da das größte Geld ist. Und warum ist das größte Geld dort? Weil das größte Geld sieht, dass es die sicherste Chain ist, ja. Dieses Gegenseitig, dieses Zusammenspiel von diesen mehreren Komponenten in dieser Spieltheorie, das funktioniert halt nur in diesem Fall, ja, aber das ist keine Oligarchie in dem Sinne, dass die, ne, die Staker oben, die Großen nach unten alles diktieren und die ausnehmen können. Ja, Lido, ja, ein Beispiel für Staking, auch ein Schrimp kann sich beim Staking beteiligen, ja. So, nächster Fall, Flashloan, ja, ich habe tatsächlich eine extra Folge zum Flashloan gemacht, also eigentlich, ne, um die Theorie oder die Praxis dahinter zu erklären. Und, äh, aber, ja, er hat hier, typisch, ne, wie erwartet, auch nur eine schlechte Seite aufgegriffen vom Flashloan, nämlich, was ist Flashloan? Ja, man kann, ne, Geld ausleihen, ohne etwas zu hinterlegen, Flashloan eben, und, äh, damit das System manipulieren zum eigenen Gunsten, ja, und, ähm, die sich alle Token austeilen müssen, ja. Typisches Beispiel, ich meine, vielleicht hat er da drauf gezielt und nicht ausgesprochen, äh, das ist nämlich bei Beanstalk passiert, ja, ich war da ja auch selbst, ähm, eins der, in Leidenschaft gewesen, weil ich dort drin auch unterwegs war, und das ist auch richtig, aber das hat mit Flashloan an sich als schlechtes Ding nicht zu tun, ja, das, das wäre genau so zu sagen, hey, ähm, der, der, ne, der Python-Code oder der C-Code ist schlecht, ja, weil dadurch, ähm, ein Fehler passiert ist oder, ne, Flugzeug abgestürzt ist oder Auto kaputt ist. Nein, das ist nicht, ja, der Code an sich ist rein, es ist, es ist der Mensch, der es programmiert hat, ja, und in dem Fall natürlich auch bei dem Projekt, ja, das Projektteam, die das Projekt aufgebaut haben, erstellt haben, die haben einen Fehler gemacht, ja, die haben ein Schlupfloch gelassen, der jemand anderes wiederum, ähm, entdeckt hat und ausgenutzt hat, ja, und, äh, da zu sagen, dieses Werkzeug ist schlecht, ja, und nicht das, was die Menschen, die das Werkzeug benutzt haben, haben falsch gehandelt, ist einfach, ist einfach unsinnig, ja, und genauso kann man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, ne, dadurch, dass es eben jemand ausgenutzt hat, ja, können alle zukünftigen Projekte daraus lernen. Wir sind extrem weit am Anfang vor einer kompletten neuen Generation von Technologie, ja, und da jetzt einfach zu sagen, hey, dieses Werkzeug ist nicht gut, ja, haltet euch fern davon und seht zu, dass alle davon ferngehalten werden, das wäre genauso zu sagen, hey, vor 30 Jahren, als Internet losging, hey, haltet die Leute vom Internet fern, weil, ne, da, da drin können die Leute ausgenommen werden, da können Spams passieren und so weiter und so fort, ja, und, ähm, bleibt alle einfach bei der, beim Telefon und beim Briefschreiben und das reicht uns, ja, könnt ihr euch das vorstellen, ja, und, ähm, genau, und vor allem dann auch zu sagen, äh, die Vorteile eben komplett außen vor gelassen, ja, was man mit Blockchain, mit Smart Contract, Store of Value, Permissionless und sowas alles erreichen kann, als Vorteil gegenüber das, was wir haben in der traditionellen Finanzindustrie, alles weggelassen, ja, also, sehr schade. So, nächster Punkt, Proof of Authority, ja, als weitere Alternative zum Proof of Work, ne, wir haben Proof of Work gehabt, also Bitcoin, wir haben Proof of Stake gehabt, wir sind jetzt bei Proof of Authority, ja, sagt er hier, ist komplett unnötig, weil, ne, äh, da können wir auch ganz einfach von der Behörde, nen digitalen, äh, Zertifikat unter allem drunter hängen, ja, und, äh, wozu brauchen wir dann noch, äh, Blockchain, ja, die Blockchain ist total unnötig hier, ja, und, äh, ist einfach Betrug oder sonst was, ja, da, da, da hab ich mich, ähm, ähm, hat er, weiß er eigentlich, was Proof of Authority ist, ne, ich, ich meine, ich denke, dass er das weiß, ja, dass er an der Stelle praktisch dann nur so formuliert hat, nämlich Proof of Authority ist eins der Konsensusmechanismus, ja, man muss verstehen, nee, Blockchain ist eine Technologie, ja, und in der Blockchain gibt es natürlich den Konsensusmechanismus, was bedeutet das? Das bedeutet, alle Teilnehmer von einem Blockchain, also die Validatoren, ja, oder die Miner, die müssen gleicher Meinung sein, dass etwas richtig ist, ja, bevor dieser Block, also wenn ein neuer Block erzeugt wird, wenn Daten hineingepackt wird, weil es ja unveränderbar ist und das in die Blockchain angehangen wird, also absolute Wahrheit oder, ne, ähm, äh, äh, echte Daten, bevor das passiert, müssen alle da drin einig sein, das ist der Konsensus, ja, bei Miner ist es Proof of Work, ja, beim Staking sind Proof of Stake, also die, ne, Staker und bei Proof of Authority sind es eben einzelne Instanzen, die durch, ähm, durch bekannt machen oder sich verifizieren, Autorität, ja, gegenüber einer, einer kleinen Gruppen, am Anfang sind es natürlich kleine Gruppen, aber das wächst, ja, dadurch, dass Neue dazukommt, dass sie sich zeigen, hey, ne, statt ein Million da rein zu investieren, zeigen wir, wer wir sind, ja, wir sind staatliche Unternehmen, wir sind Regierungsbehörden oder sonst was, ja, oder angesehene Unternehmen, das ist deren Beweis, dass die, dass sie echt sind, dass die, ne, äh, praktisch sich für diesen Job wirklich qualifizieren und was machen die an der Stelle? Die, die sind nicht dazu da, ja, um dieser, die Blockchain zu erzeugen, um die Daten auf der Chain zu erzeugen, sondern die, die haben die Rolle der Validatoren, die sind da, um die Blockchain am Laufen zu halten, die sind nicht dort da als Teil, klar, die können auch als Teilnehmer agieren, ne, natürlich, aber die Blockchain hat immer trotzdem noch die gleiche Rolle wie eine Blockchain, nämlich dass normale Benutzer die Blockchain benutzen dürfen, ja. Man kann natürlich weit, weit ausholen und sagen, hey, ne, das ist Proof of Authority, das könnte alles in staatlicher Kontrolle sein und der Staat kann natürlich unterbinden, ja, oder verbieten, wer den benutzen darf und wer nicht, ja, und wenn du halt eine Partei bist, den der Staat nicht kennt an dieser Stelle, sagt er, deine Transaktion nehmen wir nicht an, ja, wir schließen dich aus und so weiter und so fort, aber das wäre ein extrem, extrem engen Einzelfall von einem Ganzen und das hat an der Stelle nichts mit Proof of Authority als Konsensusmechanismus zu tun, ja. Aber gut, habe ich ja gesagt, ja. Wir haben wieder weitere Kritik als Smart Contract und Flash Loan, ne, immer hin und her, klar, gut, muss man auch zweimal manchmal, ähm, kauen, ja, bis man, bevor man es runterschlucken kann. Äh, als Beispiel, hat er zwei Beispiele angeführt, das ist auch richtig, ja, das gibt auch mehr als hier zwei, ja, da hätte er auch 10 oder 20 Beispiele anführen können, wo durch Flash Loan, ne, das passiert ist und da auch nochmal, nur weil Menschen an der Stelle Fehler gemacht haben, ja, Flash Loan gab es auch schon Anfang 2021, ja, und ich habe selbst auch Flash Loan miterlebt, ne, äh, beim Pancake Bunny Beispiel, ja, und, äh, seitdem, ich meine, das wird halt weniger mit der Zeit, ja, vor allem namhafte Projekte, die sind alle davor geschützt, nicht geschützt, aber abgesichert, ja, und, ähm, und selbst die, die nicht abgesichert sind, ne, man kann mittlerweile auf Online-Plattformen sich gegen sowas, äh, ne, Smart Contract Risiken und Fehler, äh, auch versichern, ne, gegen eine minimale Gebühr und, ähm, das erzeugt auch eine komplett wieder neue Schiene von Industrie, ja, aber an der Stelle zu sagen, wie gesagt, ne, dieses Werkzeug Beispiel, nur weil ein Werkzeug, ja, richtig funktioniert, aber die Menschen, die es nicht richtig benutzt haben, ja, um den Code zu erstellen, und der fehlerfrei ist, heißt es nicht, dass dieses Werkzeug fehlerhaft ist, ja, und, ähm, ja, und welcher technologischer Fortschritt, ja, der wirklich groß ist, ist ohne Reibungsverlust entstanden, ja, und ich finde es von der Stelle an der Stelle gut, dass wir in solchen Anfängen von einer neuen Technologie diese ganzen, ja, Debakel oder Fiaskos erleben, tatsächlich erleben dürfen, ja, ja, auch das Terra ist ein großes Fiasko gewesen, ja, aber da habe ich ja auch gesagt, ne, stellt euch vor, das Ding wäre passiert, nachdem, keine Ahnung, eine halbe Milliarde oder eine Milliarde Menschen on Board gewesen sind, ja, was dann für ein Riesen, äh, Problem gewesen wäre, ja, und das kann man sich gar nicht vorstellen, und dann besser jetzt, ja, und, äh, aber, ja, Trusted Third-Party-Problem, ne, das haben wir auch im Discord diskutiert, ja, hat, ähm, die Crypt, äh, an der Stelle angeführt, nämlich, ne, das war die Meinung von, von, ähm, auch von Felix gewesen, ja, dass man an der Stelle, ne, trotzdem die, äh, Third-Party braucht, ja, um die Daten zu erhalten, die Off-Chain sind, ne, also Preise von Token, Preise von Aktien und sonst was, ja, aber sämtliche Daten, die nicht auf der Blockchain sind, da braucht man eine Oracle, die diese Daten holt und On-Chain bringt, ja, das ist richtig, ja, aber, ne, das ist eben, was ich sage, das kleinere Übel, ja, es gibt keine perfekte Lösung, klar, ja, und dann würde ich doch sagen, lieber, ne, dieses, äh, Zentralisierung von Finanzkontrolle auslagern, ja, das, äh, über Smart Contract, äh, gemacht wird, ja, wo man kein Vertrauen drauf braucht, dass das, die Logik richtig funktioniert, aber die Daten, ja, wir müssen unterscheiden zwischen Datenebene und Logikebene, ja, dass die, dann lieber die Daten, die von dezentral-, äh, von etwas zentralisierten Instanzen wie Chainlink oder so geliefert werden und die sind auch, selbst die sind dabei, ne, das möglichst so dezentralisieren und, ähm, dann an den Daten, klar, ja, das hat er später auch angeführt, er hat gesagt, ne, überall wo Oracle sind, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr betrogen werdet, ja, nein, gehe ich nicht davon aus, ja, denn wenn ein Oracle wirklich sowas tun würde, ja, und das rauskommt, dann wäre der so schnell in der Versenkung verschwunden oder nicht mehr genutzt werden von Leuten, Leute, dass es, äh, an der Stelle keinen Sinn macht, ja, das ist ja, die, die Oracle, ne, diese, der Markt der Oracles oder deren Effizienz oder Leistung misst ja gerade sich da dran, wie, wie akkurat die sind, ja, und, ähm, ja, dieser, auch dieses Argument gilt an der Stelle leider nicht. Limits vom Smart Contract, ja, da sagt er, ähm, zusammengefasst, nämlich, dass Smart Contract praktisch nur eingeschlossen auf der Blockchain sind, ja, äh, ein typisches Beispiel hat er angeführt, ne, was passiert, wenn, ähm, wenn ich was vererben will, ja, auf der Blockchain, wie soll das funktionieren, wenn ich gestorben bin, ja, dann ist mein Wallet zu, niemand kann da drauf mehr zugreifen und so weiter und so fort. Da fällt mir spontan allein, äh, zwei, drei Möglichkeiten ein, ja, einfach Multisig, ja, da braucht man noch nicht mal irgendwas zu machen und natürlich habe ich selbst vor einiger Zeit in meiner Sendung berichtet, dieser Sarcophagus, ja, das ist ein Konzept oder ein Projekt, ja, ein Down-Projekt, der da drauf eben zielt, dieses Problem zu lösen, der Vererbung, ja, ihr wisst, wie das in der realen Welt ist, wenn jemand verstirbt, ja, ohne, sag ich mal, Testament und so und da gibt es immer Streitereien, wer bekommt wie, vor Gericht gibt es Prozessen, selbst ich kenne das aus meiner Familie, ja, früher, was es da alles für, ähm, Debakel gab und, äh, und schwierigen Fragen, ne, das löst eben Smart Contract, ja, und der Sarcophagus, der löst das mal typischerweise durch diese Deadman-Switch, ähm, Möglichkeit, ja, das praktisch in regelmäßigen Abständen abgefragt wird, ja, ob man, ne, durch eine Reaktion zeigen kann, ob man noch am Leben ist und nicht, ja, und wenn es dann halt irgendwann nicht mehr passiert, fällt halt der Switch um und dann wird automatisch, so wie vorher gegeben, ja, bevor, sag ich mal, man abgelebt hat, vordefiniert hat, wer oder welches Wallet, wie viel kriegt, ja, das können zum Beispiel Wallets der Kinder sein, der Ehefrau und der Ex-Ehefrau und der Ex-Freundin, des, äh, des Hamsters oder der Katzen sein, ja, und, äh, da geht dann automatisch alles hin, ja, sobald ich sozusagen nach einer längeren Zeit von mir kein Lebenszeichen gegeben habe, ja, und, ähm, und das ist auch nur ein Beispiel, ja, wir sind da am Anfang, ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da noch einiges kommt, ähm, alles, was praktisch die reale Welt mit der Blockchain-Welt verbindet und genauso auch in eine andere Richtung, ne, sagt er, hey, alles, was auf der Blockchain ist, kann nicht runterkommen, ja, kann nicht in die reale Welt kommen, das ist da eingeschlossen und das, deswegen macht das keinen Sinn, ja, selbst ich könnte mir jetzt auf Anhieb vorstellen, ja, einen kleinen, ähm, Code zu nehmen, der einfach irgendeinen Account abfragt, ja, oder eine Wallet-Adresse und wenn dort da drin gleich mal plötzlich ein Dogecoin erscheint, ja, wird dann halt, ähm, bei mir zu Hause Jalousie runtergelassen, ja, welches über irgendwelchen, ähm, Aktoren und, äh, Schalter und so gesteuert wird, ja, und das ist alles, wie gesagt, eine Frage der Infrastruktur, nur weil die Infrastruktur noch nicht da ist oder noch nicht erschaffen worden ist, weil dafür noch keinen, äh, Use Cases, ne, gibt oder die Leute nicht danach verlangen, es geht ja immer um die Wirtschaftlichkeit, ja, heißt das nicht, dass es nicht gemacht werden kann, ja, das war, das ist ja auch nicht auf, nur auf Blockchain bezogen, das ist ja auf alles, äh, an Technologie, an Innovation bezogen. Wenn ein Bedarf für bestimmte Sachen da ist, dann wird es auch jemand hinkommen und dieses Problem lösen, ja. Und, ähm, genauso, ne, Amazon-Lieferante und so weiß, ne, geht mal 30 Jahre zurück in die Vergangenheit und sagt, hey, ähm, wir brauchen eine Infrastruktur dafür, ja, oder, ähm, wie wäre das denn, wenn wir online Sachen bestellen würden, ja, Pizza, Essen oder Kleidung und sonst was, ja, und da könnte, ne, der Felix um die Ecke kommen und sagt, hey, warum, dafür gibt es keine Infrastruktur, warum brauchen wir das? Du kannst auch genauso gut in den Laden gehen, ja. Also, sich den Fortschritt in den Weg zu stellen, ist, äh, glaube ich, da der falsche Weg. Und, ähm, und da haben wir, ne, Datenlogik, ja, nehme ich dazu, was er sagt, ne, immer wenn ich, ähm, ein Third-Party vertraue, ja, habe ich praktisch den, den Sinn von Blockchain aufgegeben oder warum es überhaupt sowas gibt, ja. Und, äh, ja, Oracle, das Zitat, wenn Oracle auftaucht, werden die gerade bedroht. Habe ich ja mich selbst ein Stück vorweggenommen und, ähm, ja, ich habe hier noch mein eigenes Beispiel dazu geführt, ähm, mit den Third-Party, ne. Wenn es nach diesem Motto ging, ja, dann bräuchten wir natürlich auch die Bank nicht, weil, ne, Menschen Programme schreiben, die, äh, die Fehler enthalten können, ja. Dann wäre es halt natürlich so, zu sagen, hey, ähm, ne, wir brauchen die Bank nicht, weil in den Codes, die in der Bank laufen, da ist ein Fehler drin, ja, und, äh, da drauf muss ich auch vertrauen und, äh, dann lieber selbst alles, äh, handhaben, ja. So, wir haben Programmierer, Fehler und Blockchain, ähm, das ist auch schon die letzte Seite, keine Sorge, ähm, es geht da drum, dass er sagt, Programmierer machen Fehler, das ist definitiv so, kann ich euch garantieren, ja, auch ich mache, habe früher sehr viele Fehler gemacht und, äh, es hat immer, ähm, Konsequenzen, ja, ob das hier in der Testphase ist, ob das ein Live-System ist und so weiter, es hat immer Konsequenzen, aber zu sagen, ähm, nur, weil das nicht perfekt funktioniert, wie Menschen, ja, Menschen funktionieren auch nicht perfekt, ist es ein Grund, das nicht zu tun, das ist einfach, ähm, der falsche, sag ich mal, Blickwinkel oder Perspektive auf das Ganze, ja. Dann könnte man auch direkt damals vor Millionen von Jahren sagen, hey, ne, das Feuer, das wollen wir nicht, äh, haben, das ist zu gefährlich, ja, damit kann man Leute verbrennen und, äh, Schmerzen verursachen, also, ne, nehmen wir den direkt aus, der das Feuer, ne, äh, beherrscht hat oder so. Ja, äh, und vergleicht Birnen mit Äpfeln, ne, der Vergleich an der Stelle Windows, äh, Updates, Smartphone-Updates mit Blockchain, ja, das ist erstens ein ganz anderes Gebiet, ja, Programmierung ist ganz anders und, äh, natürlich auch die Vorgehensweise, klar, viele, sag ich mal, Entwickler kommen vielleicht aus dem traditionellen Bereich, sind da nicht so, äh, versiert, ja, und machen Fehler oder machen wenig Fehlerkontrollen, wenig Tests, da haben wir mehr als genügend Beispiel für, ja, ja, aber vergleich das mal mit der traditionellen, äh, Programmierung oder, äh, IT-Industrie, die schon 30 Jahre Geschichten hinter sich haben, ja, die zig Millionen Programmierer weltweit haben für diesen Wissensaustausch, ne, diese, diese massive Vorsprung, ja, und selbst dann gibt es kein Programm, was fehlerfrei ist, da gleich zu sagen, hey, Blockchain, das funktioniert anders, das braucht, ne, äh, mehr Sicherheit und so weiter, ja, und da wir das in der traditionellen IT nicht geschafft haben, werden wir es, wir es auf der Blockchain niemals schaffen, dass es richtig funktioniert, das ist einfach, ja, will ich nicht da weiter drauf eingehen, und, ähm, und das, was ja, ne, vor allem diese ewig funktioniert, ja, ähm, da muss man verstehen, was man unter funktioniert definiert, ne, ne, das ist zwar genau so, was der andere Kronje damals gesagt hat, egal, ob ich da bin oder nicht, ja, mein Programm, was ich geschrieben habe, wird für Ewigkeit funktionieren auf der Blockchain. Man kann natürlich sagen, funktionieren definiere ich in dem Sinne, dass dieses Programm genau dieses Ziel erreicht, was es soll, ja, nämlich, dass man sich, was man sich vorgestellt hat, ne, wenn ich dir 100 Dollar gebe, dass du mir auch etwas, äh, den Wert von 100 Dollar zurückgibst, man könnte sich das da unter vorstellen, als funktionieren, aber das ist nicht die Aufgabe von einem Smart Contract, ja, ähm, das ist die Aufgabe vom Programmierer oder vom, äh, Steller, ja, die Aufgabe vom Smart Contract, vom Code ist, nämlich das genau auszuführen, eins zu eins für alle Ewigkeit, tatsächlich für alle Ewigkeit, so wie das programmiert worden ist, ja, und, äh, das haben wir, ein typisches Beispiel, habe ich selbst drüber berichtet, ja, ähm, und auch in Twitter habe ich das, ähm, weiter gepostet, die, diese, diese Gruppe, die, ne, diesen NFT-Projekt geschaffen haben, aber einen Fehler im Code hatten, dass sie selber nie mehr an das Geld drankommen, was, ne, die Leute bezahlt haben für dieses NFT-Projekt. Das ist der perfekte Beispiel dafür, dass der, der Code genauso funktioniert, wie es vorgesehen ist, ne, gut, die Leute, die Programmierer haben es vielleicht nicht so vorgesehen, dass ihr ein Geld für alle Ewigkeit wettgesperrt ist, ja, die wollen natürlich das Geld haben, ja, weil, damit die müssen weiterentwickeln können und so weiter, aber das weiß ja der Code nicht, ja, der Code nimmt einfach das, was ihr geschrieben habt und führt das so aus, wie es sein soll, ja, und auch wenn es, ne, nicht das ist, was die Menschen wollen. Und da an der Stelle zu sagen, hey, das funktioniert nicht, falsch interpretiert, würde ich einfach sagen. So, Hardpock, Ethereum hat er angeführt, ja, dafür, dass, ähm, eine Blockchain, die eigentlich nie veränderbar sein sollte, ja, tatsächlich, veränderbar ist, ja, das haben wir am Beispiel, Ethereum Classic und Ethereum Fork, ja, da wurden, ähm, gehackt, also exploited, die von der Dauer das Geld genommen und da haben die, okay, ähm, gut, der Bug, der ist jetzt da, der hat Schaden verursacht, was machen wir damit, ne, eine Gruppe der Menschen haben gesagt, wir führen die Chain weiter, so wie sie ist, ja, und eine andere Gruppe haben gesagt, ne, wir rollen das Ganze zurück, ja, denn das schadet dem Chain mehr, als, ähm, als das Zurückrollen. Aber da haben sie es zurückgerollt, das ist das tatsächlich Ethereum von heute geworden, was zurückgerollt wurde, ja, aber an dieser Stelle, das ist auch der perfekte Beispiel dafür, dass ein gemeinsamer Konsensus von den Leuten, die damals beteiligt waren, an der Chain funktioniert, ja, und, äh, auch heute, ich, ich gehe nicht davon aus, dass wenn da irgendein, selbst wie groß im Milliardenbereich der Exploit sein sollte, dass nochmal sowas passieren kann, nämlich, weil diese Dezentralisierung schon so weit fortgeschritten ist, ja, da müssen, wie gesagt, alle 350 Millionen, äh, Millionen, tausende Validatoren gleiche Meinung sein, ja, dass man das zurückrollt, und, ähm, ja, das ist, äh, an der Stelle sehe ich nicht als Problem, ja, von Blockchain, sondern die Menschen haben sich darauf geeinigt, ja, und, äh, dieses Einigen, sich darauf einigen, auf etwas Gemeinsames, das geht genauso in die Richtung des Vertrauens, ja, dass die Menschen das gleiche, in das gleiche Vertrauen. Ja, und, ähm, und dann sagt er, was wegoptimiert, ähm, wird, ja, nämlich diese Vertrauen von Third-Party-Transparenzen, äh, okay, ähm, nicht, äh, ich habe das falsch kommentiert, aber er hat gesagt, ja, dass Blockchain-Technologie oder die Kryptowährung etwas, ähm, ähm, wegoptimiert, ja, was wir in der heutigen, äh, Gesellschaft sowieso schon haben, ja, das brauchen wir nicht, weil man kann Online-Überweisungen machen, man kann Dividende automatisch ausgezahlt bekommen, man kann Online-Aktien kaufen und so weiter und so fort, ja, das brauchen wir Blockchain nicht, und, äh, das ist leider nicht ganz richtig, ja, und, ähm, nämlich diese ganzen Sachen, die ich hier angeführt habe, ja, Vertrauen auf Third-Party, ich muss auch die Banken vertrauen, dass sie mein Geld richtig handhaben, ja, dass sie das nicht verlieren, gut, bei bis 150 oder 200.000 ist man abgesichert, aber alles da drüber, was mache ich denn, als wenn ich Milliardär wäre, ja, auf welche Bank soll ich denn vertrauen, dass sie mein Geld richtig handhaben, ähm, Transparenz, klar, ja, ich will ja wissen, was mit meinem Geld passiert, ja, wenn ich auf der Bank anlege, und das kann ich halt nicht wissen, ja, Nachbarvollbarkeit, ganz klar, ja, wohin geht das Geld, ja, an wen geht das Geld, ne, und, äh, warum, ähm, Eigenverantwortung, ne, ich möchte selbst darüber entscheiden, was mit meinem Geld passiert, ja, wenn ich das anlege, aber kann ich das entscheiden, wenn ich es auf der Bank liegen lasse, ja, oder bei irgendeinem Unternehmen, nein, die haben die vollständige Macht darüber, ja, und die müssen mir auch nicht sagen, was die damit machen, ja, ähm, Eigentumseigenschaft, klar, das ist, äh, ne, wenn, wenn es vor allem bei CBDC nochmal ins Spiel kommt, ja, wenn die Bank sagt, hey, ja, dein Konto ist gesperrt, weil du, keine Ahnung, politischer Aktivist bist, oder Unterstützer von, äh, irgendwelchen Terroristengruppen, ja, an wen willst du dich da wenden, ja, Eigentum heißt tatsächlich Eigentum, ja, außer ich, außer derjenige, der den, die Wallet, die Seed Phrase über das Wallet hat, hat niemand wirklich Zugriff, egal wie stark die sind, egal wie viel Macht die haben, wie viel Rechenpower die haben, haben die keinen Zugriff da drauf, das ist echtes Eigentum, ja, permissionless, ne, habe ich vorhin auch erwähnt, niemand braucht ein Erlaubnis von irgendwen, ja, von Schufa, von den Banken, Behörden, von dem Staat, von, ähm, Registrierungsbehörden oder sonst wer, um irgendwas auf der Blockchain zu machen, ja, wenn ich Internet habe, kann ich da hingehen und das machen, was jeder andere auch machen darf. Ähm, Kapitaleffizienz, ganz klar, ja, das, was die Banken verdienen, ne, die Millionen, Milliarden, was die verdienen, ist praktisch die, die negative Kapitaleffizienz, ja, wenn die das nicht verdienen würde, wäre das ja praktisch, ne, an die Leute, die eine Bank angelegt haben und, äh, der Grund, warum, ne, man praktisch Negativzins oder Nullzins hat oder, äh, auf der Bank haben, ist ja, ne, dass die Kapital dort ineffizient arbeitet, aus Sicht der Anleger, der Kleinanleger, ja, und natürlich auch Kosteneffizienz, ne, ähm, geht in die gleiche Richtung. Rechtsweg, der sagt, ne, ähm, was ist mit Rechtsweg, ja, das ist der, angeblich der Teil, der weggespart worden ist, ja, durch die Blockchain, aber das ist genau der Teil, den man bräuchte, ja, und da kann, kann, führe ich einfach als Gegengang, wo man, an, was bringt dir der, der Rechtsweg, ja, wenn solche Sachen kommen, wie Wirecard, ja, JP Morgan, ne, multi 100 Millionen an Strafen, weil die gegen das Gesetz verstoßen haben, Lehman Brothers, wer hat dafür eingestanden, ja, klar, die Leute, die Steuerzahlen, ja, die Steuerzahler und, angeblich der Staat, klar, aber es sind letztendlich die Steuerzahler und wer hat davon profitiert, ne, ja, die großen Finanzindustrie und, äh, die wurden nicht dafür in Rechenteil gezogen, ja, und, ähm, was bringt an der Stelle der Rechtsweg, ja, man kann natürlich Wirecard verklagen, aber wird man da jemals das Geld wieder sehen, nein, ja, also, an der Stelle zu sagen, hey, Blockchain ist Ersatz für Rechtsweg und, äh, ne, und, ähm, ja, also, ihr seht, worauf ich hinaus will und, äh, damit ist auch schon das Ende, ja, sehr lange Folge heute, oh, ich habe mehr geredet als er, 50 Minuten, für alle, die bis jetzt hierhin geschafft haben, ihr dürft dann auch nochmal auf Daumen hoch und Daumen unter drücken, die abonnieren, kommentieren, lasse ich heute tatsächlich mal aus, ja, könnt ihr trotzdem drücken, wenn ihr wollt und bis zur nächsten Folge, ich werde versuchen, mich kurz zu halten, in dem Fall tatsächlich und bis dann, mein Name ist Jih aus dem CryptoCafé, ciao, ciao. Und dann, wie, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin,